Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute das I, unser leichtester Buchstaben. Wieder zunächst mit dicker Nadel und dickem Garn. Neun Luftmaschen anschlagen. Mit einer zusätzlichen Luftmasche wenden und diese neuen Luftmaschen jeweils mit einer festen Masche behegeln. Faden abschneiden und durchziehen. Und fertig ist das I. Auch das zeige ich noch mit dünnem Garn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eine zusätzliche Luftmasche. Und jede der neuen Luftmaschen mit einer festen Masche behegeln. Wenn ich ihn gerade eine feste, Veteran, mit einem Modell, Indian haben wir die Hände auch hier ein Ourmes. Und diese Luftmaschner sind sehr ebenso, auch nicht großartig. Und jetzt habe ich die Hände also mit einer festen Masche mit einer festen Maschnerin. Und jetzt Homem. Und jetzt sind wir podcast die Hände auch ein Visitung von J. Und jetzt können wirées complianter. Und dann gehen wir mit einem nationalen FOH Und S. Eine Jane einericsanission wäre es mit einer festen Masche Portuguese. Faden abschneiden, durchziehen und fertig ist das I. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich wünsche euch viel Spaß damit.